Wullfäsern Guten Abend, liebe Zuschauer! Guten Abend, liebe Zuschauerinnen! Bei dieser Kälte vorhause kann man das Wullex besonders gut verleiden. Selber crispen es natürlich. Wissen Sie, warum Wullen speziell gut ist für den Körper? Jedes einzelne Wullfäserchen besteht aus Tausenden von Zellen und wirkt auf eine natürliche Art wie eine Klimaanlage. Sie nehmen überschüssige Feuchtigkeit und Wärme auf und gehen sie nach aussen ab und isolieren so gegen Kälte. Besonders sorgfältig verarbeitete Wullqualität finden Sie bei GOP unter den Vertrauensmarken Arcana. Gerade auf diese Zeit gibt es die Arcana Wulle zu unschlagbaren GOP-Tiefpreisen. Die Pullover Wulle Arcana Gordola gibt es in 10 modischen Farben. Es ist 100% reine Schauwulle, die Sie an diesem Gütesiegel erkennen. Und die Zockenwulle Arcana Panix ist in einer besonders strapazierfähigen Qualität, nämlich 70% Wulle und 30% Polyamide. Es gibt sie in 9 aktuellen Farben. Beide dieser Arcana Wulle kann man im Schongang in der Maschine waschen. In der Winterzeit brauchen wir mehr Vitamine, darum kommt GOP mit einem Bombenangebot. Frische Brüsseler direkt aus dem Anbaugebiet in Belgien und Frankreich zum Hit-Aktionspreis. Achtung nur morgen, übermorgen und am Samstag. Probieren Sie doch den Brüsseler einmal mit Schinken oder mit Speck umwickelt im Ofen gratiniert. Und wenn Sie sicher sind, dass der Chicorate beim Kochen keinen bitteren Beigeschmack bekommt, dann schneiden Sie doch hier bei der Schnittstelle 2 cm vom Kern heraus. Und jetzt kommen wir zu unserer 10'000 Franken Frage. Wie heisst die Exklusivmarke für Wulle bei Coop? Schreiben Sie es auf eine Postkarte und schicken Sie diese an das Coop Mittwochstudio, Postfach 4099 Basel. Einsendeschluss ist der 30. Januar. Auf Wiedersehen am nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit. Und jetzt sehen Sie noch wie immer den Aktionsspot. Bei Coop gibt es bis zum nächsten Dienstag 2 500g Beutel Gala Frischeienspätzli für ganze 2.20 Franken. Zwei Dosen an 120 Gramm spanischer Ton für nur 3.10 Franken. Ein Liter Himbeesirup kostet bei Coop nur noch 2.70 Franken. Und 14 tiefgekühlte Goldstaff Fisch Steaks in der 400 Gramm Packung nur 3.10 Franken. Für 5.70 Franken gibt es bei Coop 800 Gramm fix fertiges Lioba Fondue. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag gibt es bei Coop den feinen Zitronencake an 350 Gramm für nur 1.50 Franken. Der aktuelle Preisschlager ist diesmal Dentalux Zahnbürste. Zwei Stück für nur 2.80 Franken. Sämtliche Aktionen gibt es ab morgen in allen Coop-Läden. Auf Wiedersehen.